Ah, boah, schmeckt der Kaffee gut. Oh, ich nehm schon auf, Entschuldigung. Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von Alex. Ja, warum habe ich jetzt hier den Spielstand weitergemacht und nicht wie versprochen im Lager, ganz einfach, weil ich doof bin wieder mal, aber mit Erleuchtung. Und zwar möchte ich euch gleich mal ein bisschen teilhaben lassen. Und zwar, wenn man auf die Karte drückt, also mit M, ne, macht sich die Karte auf, da steht da unten etwas ganz Interessantes, nämlich hier, drücke mit der R-Taste und du kannst sofort zurück zum Lager. Da denke ich mir, hä, was für ein Lager? Ne, nicht etwa dieses Lager hier, drücken wir halt rauf und, wie durch Zauberhand, wusch, sind wir beim Teleporter, beim Lager der Mitte. Jetzt ist das ein automatisches Dingens. Tada, und hier haben wir natürlich auch den Teleporter dazu. Also Schwein muss man echt haben. Jetzt bin ich mir schon einmal überlegen gewesen, ob das die ganze Zeit ging und mir das noch nicht aufgefallen ist. Also sprich, wenn man jetzt zum Beispiel in Goliath war, ob man dort dann quasi mit der R-Taste automatisch nach Goliath hätte können. Schau, wen haben wir da? Ja, servus, Arcs, wie geht's dann? Statusbericht. Statusbericht. Keine nennenswerten Verletzungen. Interessant zu sehen, was der Elex-Entzug aus dir gemacht hat. Ich rate dir dringend, daran schnellstens etwas zu ändern. Ja, ja. Äh, cool. Also echt cool, sind wir sofort im Lager, das muss man auch wissen. Ne, schön. Gut. Soviel zu meinem Vorhaben, den Teleporter zu finden. Das ging dann doch schneller als gedacht. Und da leuchtet er auch schon auf. So, ähm, gut. Questelein. Ein vielversprechendes Quartier. Soll ich mir das mal genauer anschauen? Okay, dann würde ich sagen, machen wir doch. Schauen wir uns ja zu Hause mal genauer an, wenn wir schon da sind. Ne? Vielleicht, äh, finden wir was Tolles. Lala, servus, Hundi. Wir haben hier scheinbar auch unser eigenes... Was? Wenn wir Zeit hätten. Ja. Hier haben wir scheinbar auch unser eigenes Federvieh. Oder ist es halt seins? Schön, da können sie... Dann haben wir immer frische Eier zum Frühstück. Nom, nom. Wie gemein, die Kinder, die armen Tiere zu essen. Wie kannst du, oder? Ja. Das ist halt so bei einem Allesesser. Oh, jetzt können wir auch die Tür aufmachen. Wow. Gut, dass wir sie nicht eingetreten haben. Dann würde es hier drin jetzt ganz schön ziehen. Jo. Was haben wir denn da Schönes? Nix. Finster, ein Sofa. Finster ist es immer noch. Ich bin schon überlegen, ob ich eine Fackel nehme. Jo, was soll ich denn das wissen? Hecken. Wieder tun wir hecken. Ich bin nicht gut genug. Aha. Ich bin nicht gut genug. Ne, ne, ne. Dann halt für später. Mann, ey. Cool. Ein eigener Schreibtisch. Fällt nur durch der PC. Dann können wir schon Let's Plays aufnehmen. So, Heiltrank. Anleitung. Zu was denn? Mächtiger Heiltrank erhalten. Super, ich will Alchemie. Ich will gar nicht wieder weg mir. Und die Truhe machen wir auf. Da ist Heilpflanze drin. Elektroschrott. Elexit. Und kleiner weißes Steinchen. Her damit. Dann einmal Metallschrott. Ein Basel. Ach so. Ja gut. Die Kartenstücke. Ah. Haben wir dann hier quasi eine eigene Landkarte. Ein verschlossener Tresor. Sachen gibt's. Kann man den... Irgendwie darf ich den gerade nicht aufmachen. Tja, weil er halt verschlossen ist. Deshalb. Irgendwo war da gerade was mit Mana. Da unten liegt was. Cool. Also da müssen wir sehr viele Karten finden. Ich hoffe, ich finde alle. Das ist auch wichtig. Eine Weinflasche neben ein Bett. Das braucht jeder halbwegs vernünftige Mann. In postapokalyptischen Zeiten. Ja. Einen Klappstuhl. Den haben wir auch ausgegraben. Jetzt können wir Krieg führen. Mit... Mit irgendeinem Indianerstamm. Genau. Aha, da sehe ich einen Elex. Elexit. Glaube ich. Ja, Elexit. Dann... Haben wir da noch was? Da ist nochmal Mana. Wusch. Ein Waschzubern-Eigener. Ne. Wir können uns waschen. Ich glaube, ich spinne. Die Zeiten des Stinkens sind endlich vorbei. Aber da gehört ehrlich gesagt ein Besen her. Da gehört mal ausgemistet. So lieblich schaut's hier nicht wirklich aus. Da wäre auch noch eine Kiste cool gewesen. Wo wir ein bisschen unsere Habseligkeiten eventuell... Und so weiter, ne? Reinstopfen könnten. Aber hier so ein kleiner Garten, das wäre echt schön. Na ja. Schönes Häuschen. Muss man sagen. Also mir gefällt's gut. Ich hoffe euch auch. Was machen wir jetzt? Quest haben wir erledigt, glaube ich. Äh... Gefährten wollte ich machen, ne? Oder auch nicht. Falk hat seinen Auftrag erlegt und will unverzüglich zurück zu seinem Auftrag gehen, weil ich sollte ihn zurückbringen. Na, das machen wir nicht. Das war ja irgendwas mit der großen Bombe. Das tun wir nix machen. Nix da. Edan, auf der Lauer, auf der Mauer, sitzt eine kleine Alex. Um Gerons Lager rum lauern diese Raptoren. Stimmt. Das können wir uns auch mal anschauen, ob wir schon stark genug sind mittlerweile. Was haben wir hier noch? Irgendwelche Fetzen? Hier. Achso, ein Foto haben wir uns noch gar nicht angeschaut. Oder doch. Warte, hier noch nicht... Äh... Noch nicht aktualisiert gehabt. Futtermäßig. Achso, futtermäßige Anleitungen sind das. Das große Heiltrank. Boah, ich will Chemie können, ey. Ich will, ich will, ich will. Da können wir schon so viele tolle Sachen machen. Wein hätten wir auch schon genug. Wow. Militäraufzeichnungen. Die hat man, glaube ich, auch schon alle. Ein Turmschlüssel. Ja, für unser Häuschen. Genau. Äh, Paket. ID-Karten. Missionsgegenstand. Aha. Da haben wir auch schon wieder was, was noch nicht fertig ist. Also noch nicht abgeschlossen worden ist. Hm, okay. Ja, das jetzt dauert es auch zu lange, das alles durchzuschauen. Wir könnten Klauen lernen. Wir könnten Goldschmied lernen. Handwerk 4. Aha. Wenn wir Goldschmied könnten. Da geht einiges. Schauen wir mal. Hecken. Wir brauchen hier einen Handwerker. Wir müssen einen Handwerker finden. Ich hoffe, da gibt es einen. Schauen wir gleich mal, oder? Das wäre jetzt echt super, wenn es hier Handwerker geben wird. Wahrscheinlich kommen die dann nach und nach, wenn wir die Siedlung hier ausbauen. Aber momentan habe ich einfach zu wenig Geld dafür. Das wird derweil nicht funktionieren, fürchte ich. Oder, gnädigste? Annie, ausbauen. Ich möchte für den Ausbau des Lagers spenden. Kein Problem. Was würdest du gerne ausbauen? Ja, da brauchen wir mal 2000. Technische Einrichtungen. Meine Güte. Werkbank. Ja. Lehrer wären gut. Aha, praktische Einrichtungen, technische und natürliche. Interessant. Ja, aber dafür fällt natürlich die Marie. Okay. Ja, dann eben weiter mit der Quest. Wo wollte ich denn jetzt hin? Da unten, unten, drunten, irgendwo. Also mal hier, Flussdelta. Ja, bitte. Super, lol. Eigentlich eh dort, wo wir gerade waren. Naja. Und dann müssen wir da ein Stückchen rüber. Aha. Ja, ja. Komm nur. Ja, komm zu Papa. Ja, komm zu Papa. Ein Beißerlein. Zack, zack, zack. Die machen echt schon ganz schlecht Damage. Au. Aber die Viecher halt auch, ne? Zack. Jawohl. Gib uns deine Innereien. So, da oben haben wir auch was. Was rennt da oben rum? Das schaut aus nach einem Kriter, oder? So, du Kriter-Fiech. Komm her. Bau. Schicka, bau, bau. Zack. Zack. Warst du schon hin? Also das war jetzt armselig. Hast du gehört? Fiech, das war armselig. Die Pflanze nehmen wir auch mit. Halt, entschuldige. Ich wollte dich gerade nicht anquatschen. Ja, passt. Dann gehen wir Raptoren schlachten. Ich hoffe, das klappt. Wir werden es erleben. In dem Haus traue ich mich nicht rein. Ich sollte speichern. Ist, glaube ich, gesünder. Wobei, wir schaffen ja eigentlich schon, einen nach dem anderen diese komischen, Alex-verseuchten Viechermenschen-Gestalten umzuhauen. Also es ist schon nicht ganz, ganz hoffnungslos ist es ja gar nicht mit uns. Hier sollten wir nicht allzu lange bleiben. Ja. Das befürchte ich auch. Das Geräusch ist eh schon wieder so komisch. Da war gerade Setzerbrot. Ich will das mitnehmen. Wein nehmen wir mit. Das Setzerbrot natürlich auch. Kleiner Heiltrank. Hammer. Jetzt hat sie gerade komisch angehört. Sehr bedrohliche Musik. Ah ja, da vorne sind sie ja schon wieder. Unsere, unsere Ziele. Äh, würde ich sagen, natürlich tun wir noch. Ich speichern nochmal drüber. Und dann schauen wir uns das mal an, ob wir die Viecher jetzt schon besiegen können. Das würde mich ehrlich gesagt sehr freuen. So, Pfeil und Bogen. Ich hoffe, ich kann damit noch umgehen. Ha! Ha! Der war gut. Halt! Lau und der Raptor. Jetzt rennt er weg. Wenn ich den anschieße. Ich hatte halt gehofft. Ja, er schaut doch nicht so schlecht aus, oder? Also wir haben eine Chance. Wenn nicht alle auf einmal kommen, haben wir doch tatsächlich eine Chance. So. Ja. Vor allem Ray ist halt echt viel gewollt, ne? Ich sollte ja eigentlich mal wieder... Ich sollte wieder... Ich sollte eigentlich überhaupt generell... So, Stims sollte ich schon mal zu mir nehmen. Ja, super. Ich bin echt... Au! Mischig. Dreckat's. So. Jetzt der Stipp weg. Jawoll! Was? Das war schon der Rudelführer? Ah! Au! Au! Ja, bist du narisch. Das hat jetzt aber halbwegs weder. Ja. Mal kurz darauf. Ich muss mal gepflegten Schluck nehmen. Das wäre jetzt fast ins Auge gegangen. So. Und? Bevor wir weitermachen... Ähm... Muss ich noch fix schauen, wo jetzt diese Stims sind. Jetzt kämpft er da unten weiter, ne? Das sind nur Fähigkeiten, oder? Waren die hier? Hier sind die Stims, genau. Lebenssaft. Ähm... Quickslot. Keine Ahnung, ich nehme mal den hier. So. Pröstlichen. Komm her, du Viech! Heureka! Lauern das nach, was ich. Jawoll. So, zack, zack, zack. Boah. So. Moment, wie soll ich nur von einem Rudelführer... Hä? Wie haben ich denn schon... Jetzt bin ich verwirrt. Da stand doch schon, muss ein Bug gewesen sein. Ich hoffe, dass es nur ein Bug ist. Hallo, ihr Viecher. Kleine Mana-Pflanze. Ah, wenn wir Glück haben, kommt der eh schon. Oder auch nicht. Oh doch, er kommt. Alle drei. Das ist nicht gut. Zack. 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 Und nochmal. Drei. Drei. Vier. Fünf. Sechse. Und der ist dahin. Was sehr Gutes. Au, 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 au. Zack. 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 Der ist erledigt. Passt. Weg. 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 Meine Güte. So. Ich schneide mal was trinken. Prostelchen. Wow. Ja, das kann es laut sein. Ich hoffe, dass Ray durchhält. Was ist denn hin? Au, 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 au. Nein, wieso sterbe ich da jetzt? Ach, wie gemein. Ich glaube, ich habe nicht gespannt gehabt, ne? Ja. Okay, das ist mehr aufpassen. Oh, nee, jetzt muss ich die beiden Deppen auch nochmal machen. Ach, wie schlecht. Das war jetzt mehr als wie schlecht. Aber da. Das Biest kaufe ich mir. Kommen jetzt alle? Warum kommen jetzt alle? Das geht so nicht. Oh, Mann, ey. Ich hätte speichern, das finde ich mir so doof. Ich sehe es schon kommen. Das kann ich wieder nebenher machen. Bevor ich die nächste Aufnahme starte. Hallo. Ja, komm. Hallo. Wieso kommen jetzt alle? Also, das würde mich jetzt mal echt interessieren. Komm, Beifuß. Komm, Fisch. Ja, das lief gut. Au. Alter, alter, alter. Ey, ey. So sollte das eigentlich nett sein. So, schnell was saufen. Äh. Ja, saufen zum Saufen. Lass mich in Frieden, du bist nicht. Ray, du bist dran. Du darfst auch mal. Na, los. Alter, was für ein Grimmbad. Das ist Jetpack. Echt? Geht ja. Was knut da jetzt? Oh mein Gott. Lauf weg. Ich hoffe, ich hab's nicht gepullt. Schaut gut aus. Ah. Jawohl. Den ersten Hammer. Gut. So. Ach, Herr Jemini. Dann ein Setzerbrot. Nomnom. Ich fürchte, wir haben das Viech hinten gepullt. Ich fürchte, wir haben das Viech hinten gepullt. Okay, er geht weg. Puh. Glück gehabt. So. Mistviech. Komm her. Hallo. Okay. Jetzt kommen wieder alle. Alter. Ja, das wär mir auch recht. Ja, komm her, Ray. Besser kommen jetzt wieder alle. Drehen Sie die jetzt bald mal um? Ne. Tja. Das ist dann ein bisschen doof, ne? Aus, wie's ausschaut. Tja. Mein Bogen macht halt überhaupt kein Damage. Aus, wie's ausschaut. Haben wir hier gar nicht so eine schlechte Position. Zack, 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 zack. Lala. Irgendwann werden die Viecher schon verrecken. So in 20, 30 Jahren. Häh? Oh Gottchen. Das ist ein bisschen übel. Ah. Oh Ray, trifft die gar nicht mal so schlecht, ne? Jawohl. Wieder ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Sehr gut. Ja. Ich helfe dir. Bitte, das wär's ja nicht. Ähm. Haben wir es halt auf die feige Art. Das sollen wir machen. Ähm. Irgendwann verrecken die auch. Und wenn wir die dann haben. Ich glaub, Ray ist runtergesprungen, kann das sein? Wow. Das hat er mich erschreckt. Äh. Hey. Ray. Hilf mal. Das sieht grad aus, schau, wenn da noch ein Viech wär. Ja. Ray. Äh. 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 Ist nun mal das Viech? Ja. Schaut gut aus. Dann können wir mal die Waffe wechseln. Dann tun wir kurz speichern. Darum sind wir einigermaßen sicher. So. Den Viech machen wir noch platt. Ähm. Versuchen wir halt zumindest. Spinger! Ja, bitte. Aber wir müssen ein bisschen Abstand gewinnen. Ray, komm her. Bein Fuß. Ich loot da mal ein bisschen. Ich hoffe, das Viech verfolgt uns. Ja. Ich will auf keinen Fall das andere noch holen. Wow. Der ist gleich hinten. Das ist schön. So. Da. Da. Ausgleichen. Ray, bitte. Du bist dran. Oder auch nicht. Ray. Jawohl. Sehr gut. Boah. 1400 Erfahrungspunkte noch dazu. Und. Wupp, 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 wupp. Stufe aufgestiegen. Sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Ach so. Das ist da schon drin. Raptor. Ist aber keiner. Gut. Schön. Kann man Part beenden. Mission erfüllt. Ihr Lieben. Das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Muss man Schlucken nehmen bei Entschuldigung. Also dann. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.